Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Alice Madness Returns. Wie ihr sehen könnt, starte ich hier mal wieder im Menübildschirm, weil da kommt ne Kackpratze an. Ne Kackpratze mit Gehelfen. Was ja mal wieder supergeil ist. Wer weiß, wie sehr ich dieses Teil hier liebe. Nein! Diese blöden Westen, dass die ja auch im Weg stehen müssen. Ach, und die auch noch. Alter, beweg dich doch mal Alice! Ich kann da nicht hochspringen, sag das doch. Das war's. Ja, noch kann ich nicht sterben. Aber jetzt. Wo ist das Nest? Wo die rauskommen. Das werde ich nie und nicht mehr überleben. Mit nur noch einem Herzen bestimmt nicht. Ja. GG. Geil. Ähm. Ich muss gucken, komm ich da oben irgendwie hoch. Tue ich. Tue ich. Hier oben bin ich glaube ich sogar halbwegs sicher. Vor dem Vieh. Vor dem Vieh. Okay. Okay, so weit komme ich nicht. Will gucken, ob ich das Teil da hinten auch hier mit kaputt kriege. Mit genug Treffern muss das doch möglich sein. Nee. Scheint nicht möglich zu sein. Okay. Ich hab's nicht getroffen, war ja klar. Na, Mann! Hör auf, ich heiße zu greifen, du scheiß Teil. Okay, jetzt ist er aber weg. Alter, das... Alter, das... Ich hab's nicht getroffen, 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 ich hab's nicht getroffen. Au. Wo kommst denn du da hinten wieder her? Au. Ey das hat aber Tierwasser getrunken gerade. Geht rauf! Alter! Jaaa! Gäääingä, ää! Nää ääihän! Tääää! Sänä ja ääihän. Honey thì legal Creoальный M delicious. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Holy shit, ey. Vier Anläufe oder so. Oder fünf. Keine Ahnung. Pauli Macaroni. Ja, wie komm ich da jetzt hoch? Ich komm ja nicht zur Kröte selber hin. Oder gibt's hier nur irgendwo einen anderen Weg? Ich seh keinen. Da komm ich auch nicht drauf. Bin ich gar blind? So, damit kann ich den schon mal nicht. Hey, du blöde Kröte. Hey, du da. Sag mir mal, was soll ich denn machen? Okay. Ah, okay. Da komm ich raus. Oder rein. Sehr gesagt. Dann haben wir noch eine Flasche. Und kann dann hier die Kette ziehen. Was bringt mir das? Ah, das... ...tut den Gong aktivieren. Lass den Kotzt erstmal raus. Ja, bitteschön. Hab ich gern gemacht. Oh, was war nichts drin? Hat's eigentlich gespeichert? Dass ich... ...ja, hat's. Ich hab nämlich die T-Kanone noch mal ein bisschen geupgradet. Aus Stufe 3. Für den Kampf. Keine Ahnung, ob's gemattert hat. Oder nix. Okay, welcher ist hier? Hier ist der richtige Weg. Das hier sieht mir richtiger aus. Da ist nochmal ein Pfad. Nächste Schneckenhaus. Nächste Schneckenhaus. Na, klasse. Jetzt kommen die auf einmal alle hintereinander, oder was? Oh. Jetzt 2D-Passage wieder. Muss man da irgendwie hochkommen? Von hier aus aber anscheinend nicht. Wahrscheinlich von da oben irgendwie. Nee, auch nicht. Bin verblüfft. Hä? Ah. Man kann den Felsen verschieben. Was hat's mir jetzt gebracht? Gibt's hier eigentlich auch die? Verdammt. Pfirsiche. Ah, die Stachen habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Zu meiner Schande. Das wird auch kommen. aber echt selten da raus. Hey, come on! Na, nur zu sehr kurzen Zeiten. Alter, ich muss den Rauch doch verwenden. Ich glaube, das hier bringt mir nicht mal was. Ich stelle mich auch gerade mal wieder an, ey. Dankeschön. Endlich mal ein Stückchen weiter. Wenigstens ein kleines bisschen Progress. Oh, wir sind durch, ja? Dankeschön. Okay, fehlt noch eins. Das wird wahrscheinlich mal wieder, äh, Hardcore, wie wir letztes Mal mir werden sehen. Aber bisher scheint es dann doch so zu sein, dass ich vielleicht keins übersehen habe. wenn das hier mehr oder weniger der richtige Weg ist. Wo fährt das hier dann hin? Auch nur ein Secret? Eine Flasche und ein paar Zähne, okay. Und, äh, leitzende Ameisendame. Ja, ja. 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 Die gibt's hier auch. Zu Hauf. Das hier sieht mir wieder sehr kampfmäßig aus, oder? War abzusehen. War abzusehen. Gut, prinzipiell könnte ich wahrscheinlich auch da verzichten, die zu killen. Aber wieso sollte ich? Die haben angefangen, mich anzugreifen. Also, wieder ich das Ganze nur. Aber wo sind wir hier? Ich weiß nicht, aber nicht, wie lange der Part wird, weil ich weiß nicht, wie viel ich hier rausgecuttet habe. Durch den Kampf. Bisschen mal ich noch. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Wehens. Schon wieder sowas. Dann wieder so eine Passage. Ich glaub's ja nicht. Die Raupe macht's einem aber auch nicht leicht. Okay, da hinten ist Schnauze. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Okay, von hier aus komm ich da aber nicht dran. Nee, von hier aus komm ich da definitiv nicht dran. Am schnell hin und hause kaputt. Hause kaputt. Kaputt. Okay. Äh, noch mehr. Ihr blöden Samurai-Wespen. Ich hab euch nix getan. Ihr seid die Bösen. Ihr greift nur an. Okay, geschafft. Geschafft. Ich bin auch geschafft. Okay, da führen wir irgendeinen Weg da hoch. Dann gucken wir da noch kurz vorbei. Wo bringt mich dieses Geheimnis hin? Kunde Erinnerung. Okay. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Ja. Im Töten von Dingen, die wir begreifen wollen, aber es nicht tun, sind wir Meister. Und das war's. Nur eine Erinnerung und ein paar Zehnchen. Lame. Und das nächste Bild. Okay. Und da es hier auch gespeichert hat, würde ich sagen, war's das mit Alice Madness Returns. Für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne Video-Feedback da. Positiv- oder Negativblatt euch lassen, gerne mit einer kleinen Bekündung, was ihr gefallen hat und was nicht. Ja. Ich bin froh und höre, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Werden wir dann das dritte Bild mittlerweile betreten. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020